Liebe Geschwister, lasst uns tief in unser Herz schauen, unser Herz spüren, untersuchen, durch alle äußeren Krusten der Sünden durchdringen und uns aufrichtig fragen, haben wir ein Streben Allah Ta'ala gegenüber, wollen wir Allah Ta'ala nahe kommen und uns ihm demütig, liebevoll, suchend zuwenden. Haben wir diese Sehnsucht, haben wir dieses Verlangen. Und dies war etwas, liebe Geschwister, was kennzeichnend war für die ersten Generationen, dieses Verlangen Allah Ta'ala gegenüber. Ibn Omar möge da mit ihm zufrieden sein und mit seinem Vater, mit allen Sahabis insgesamt. Er beobachtete, dass die Prophetengefährten regelmäßig nach dem Fajr-Gebet dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam ihre Träume, die Botschaften, die Allah Ta'ala ihnen in der Nacht schickte, mitteilten und vom Propheten sich wünschten, dass er ihnen Klarheit bringen kann oder Klarstellungen bringen kann in Bezug auf einige Ungewissheiten oder Unklarheiten, was diese Träume anbelangt. Und er nahm beobachtend an diesen Sitzungen teil und subhanallah, er verspürte auch Sehnsucht. Und er sagte zu sich selbst, wenn Allah in dir Gutes sieht, dann wirst du auch einen solchen Traum eines Tages mal haben. Und dieser Gedanke, er beschäftigte ihn und er schlief mit diesem Gedanken ein, mit dem Bittgebet, dass Allah Ta'ala ihm eines Tages einen solchen Traum auch mal schenken möge. Und subhanallah, Allah Ta'ala ließ mit seiner Antwort nicht lange auf sich warten und Ibn Omar, er erfuhr einen solchen Traum, den der Prophet damit deutete, dass Ibn Omar ein rechtschaffender Mann ist, aber er noch mehr freiwillig beten sollte, weil dies ihm zusteht, weil dies seinem Rang, das, was Allah Ta'ala von ihm im Speziellen möchte, gebührt. Und mit welchen Gedanken schlafen wir nachts ein, liebe Geschwister? Mit welchen Gedanken stehen wir auf? Sind wir mit Allah Ta'ala verbunden? Ibn Artaullah, er sagte, steh nicht auf und frage, was du aus dem Tag machen kannst, sondern steh auf und frage, was Allah Ta'ala für dich vorbereitet hat. Das heißt, man, man, er steht wieder auf, ja. Das Bittgebet ist ja, oh Allah, du hast mich sterben lassen und wieder, und wiederbelebt, ja. Das sagen wir jeden Morgen. Gepriesen sei derjenige, Gott sei Dank, der uns hat sterben lassen und uns wieder erweckt hat zum Leben. Und zu ihm ist die Rückkehr. Lasst uns beschäftigt sein mit, was hat Allah Ta'ala für uns an diesem Tag, was hat er für uns vorbereitet an diesem Tag, an Herausforderungen, an Prüfungen, an guten Taten, die zu tun sind. Und der Erfolg, liebe Geschwister, Al-Tawfiq, die Erfolgsverleihung, kommt einzig und allein von Allah Ta'ala. Und wir sehen, liebe Geschwister, dass diese Sehnsucht etwas ist, was nicht nur die Propheten Gefährten kennzeichnete, sondern dies lernten sie aus dem Koran und aus den Begebenheiten der Propheten und des Propheten. Allah Ta'alas Segen und Frieden sei auf allen. So halten wir in Bezug auf einen der fünf großen Gesandten fest, Ibrahim Aleyhisselam, dass Allah Ta'ala die Bitte Ibrahims verewigte im Koran. Ibrahim Aleyhisselam zum Propheten berufen und er sprach zu Allah Ta'ala, O Allah, lasse mich sehen, mit den Augen sehen, nicht nur im Herzen, wie du die Toten wieder lebendig machst. Subhanallah. Das sagte er als Gesandter, aber nicht, weil er Zweifel hat, liebe Geschwister, sondern Sehnsucht danach, dass sich Allah Ta'ala ihm noch weiter nähert durch Einblicke, durch das Senden von besonderen Zeichen, damit der Iman steigen kann. Und so ist im weiteren Verlauf dieses Dialogs, damit wir daraus lernen, weil Ibrahim war einer der Mu'minin, selbstverständlich. Und Allah wusste das. Aber Allah Ta'ala fragt rhetorisch, weil er entschieden hat, dass diese Rede verewigt wird im Koran. Hast du denn keinen Iman? Natürlich hat er Iman gehabt. Was antwortete Ibrahim Aleyhisselam? قَوْلَ بَلَى وَلَا كِلِّ يَطْوَمَ إِنَّ قَلْبِي Oh doch, aber es ist, um mein Herz noch weiter zu beruhigen, zu füttern mit Seelennahrung. Das heißt, aufbauend auf dem Yaqin, auf der Gewissheit, auf der Sicherheit. Ansonsten ist man kein Mu'min. Allah Ta'ala ist hier ein Mu'min, weil er der Verleiher der Sicherheit ist. Al-Aman ist auch die Sicherheit in der arabischen Sprache. Natürlich war er unter den Mu'minien, unter den Gewissen, auf Allah Ta'ala bezogen. Aber er brauchte noch mehr Seelennahrung. Er brauchte sozusagen Nachtisch. Er brauchte diese Süße. Weil er Sehnsucht danach hatte, Allah Ta'alas Zeichen mit all seinen Sinnen zu erfahren. Auch mit seinen Augen. Und der Prophet sagte dazu, sallallahu alayhi wa sallam, uns obliegt es noch mehr, dieser Ummah, liebe Geschwister, obliegt es noch mehr, diese Steigerung an Iman zu verlangen von Allah Ta'ala. Weil wir nicht auf der Stufe Ibrahims sind, alayhi wa sallam. Wenn einer hätte stoppen dürfen oder stoppen können, weil das ja eine Sehnsucht ist. Ja, im Wort Sehnsucht ist auch, ja, die Sucht im positiven Sinne jetzt in diesem Fall mit enthalten. Wenn einer hätte stoppen können oder dürfen, dann jemand des Ranges Ibrahims, alayhi wa sallam. Aber nein, auch er bat um mehr. Und umso mehr, die, die wir in den niederen Stufen des Imans, inshaAllah, angesiedelt sind, und das ist schon ein großes Geschenk Allah Ta'alas, wir bedürfen es umso mehr, Allah Ta'ala gegenüber sehnsüchtig zu sein. Und Ibn Kathir, er kommentierte, wie gnädig doch Allah Ta'ala ist, dass Allah Ta'ala ein Bala von Ibrahim akzeptiert. Doch so ist es. Wie gnädig doch Allah Ta'ala ist. Dass er nicht einen verhört, ja, in diesem negativen Sinne, sondern dass er das akzeptiert, was Ibrahim gesagt hat, wohlwissend, dass dies auch in seinem Herzen verankert gewesen ist. Verankert gewesen ist. Ibn Kathir, er kommentiert auch weiter und sagt, dass sich diese Aya in Bezug auf uns einfachen Muslime auf Zweifel im Herzen bezieht, die hin und wieder vom Scheitan eingestreut werden. Ja, das sind diese Gedankenblitze, die wir nicht unter Kontrolle haben. Und um diese besser abzuwehren, müssen wir, liebe Geschwister, immer weiter vorankommen mit unserem Iman. Das heißt, Stillstand, liebe Geschwister, führt langfristig zum Rückstand. Zum Rückschritt. Stillstand führt zum Rückschritt. Deswegen müssen wir uns immer weiter nach vorne bewegen müssen, damit wir nicht zurückfallen. Und Subhanallah, dies war die Lieblings-Aya Ibn Abbas. Die Propheten, sie hatten wahre Gespräche. Er diskutierte mit Ahmad ibn al-Aas. Er sagte, was ist die Aya im Koran, die dir am meisten Hoffnung gibt. Und Ahmad ibn al-Aas, er war anderer Meinung. Er rezitierte die folgende Aya. Sprich, O meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid. O Sünder, Allah Ta'ala spricht die Sünder im Speziellen an und wir alle sind Sünder. Verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt alle Sünden und Allah ist der Vergebende und der Barmherzige. Und dieser Meinungsunterschied, liebe Geschwister, unter den Prophetengefährten, ist wie alle Meinungsunterschiede unter den Prophetengefährten, ein Meinungsunterschied der Ergänzung. Und wie Ibn Taymiyyah sagte, Als Ibn Taymiyyah die Meinungsverschiedenheiten unter den Sahabis und den Tabi'un und den ehrenvollen Generationen untersuchte, kam er zum Schluss, dass er sagte, die Gelehrten, der Konsens unter ihnen ist ein definitiver Beleg. Chodjatun qatia. Da braucht man nichts neu aufzurollen. Da braucht keine prüfende Kanzlei kommen und alle Akten nochmal neu untersuchen. Ihr Ibn Taymiyyah, ihr Konsens ist ein definitiver Beweis. Aber ihre Meinungsverschiedenheiten sind eine große Barmherzigkeit. Rahmatun, nicht nur eine Barmherzigkeit, sondern Rahmatun wasi'ah. Wie ergänzen sich diese beiden Auffassungen? Ibn Abbas und Amr ibn al-Aas. Das ist immer dieses kleine Apostroph dahinter. Weil es gibt zwei Sorten der Seelenkrankheiten. Die eine unterteilt sich oder untergliedert sich unter der Überschrift Sünden, Leidenschaften, Aschahawat. Und die andere Sorte der Seelenkrankheiten sind die Shubuhat, sind die Zweifel. Es gibt keine dritte Kategorie an Seelenkrankheiten, liebe Geschwister. Entweder hat es mit Sünde zu tun oder es hat mit Zweifel zu tun. Und diese eine Aya, wie bereits dargelegt in den Worten ibn Kathirs, sie bezieht sich auf diese Geistesbitze, die versuchen, Zweifel ins Herz zu streuen. Wo der Shaitan versucht, in das Immunsystem, das spirituelle Immunsystem der Herzen der Gläubigen einzudringen. Und die gerade Rezitierte, sie bezieht sich auf die Sünden eindeutig, subhanallah. So sind die Meinungsverschiedenheiten, wie gesagt, unter den Großgelehrten eine Barmherzigkeit und eine Ergänzung. Schauen wir auf Musa, subhanallah, der eine sehr hohe Stufe bei Allah ta'ala erreichte und auch zu den fünf Großgesandten zählt. Ud al-Azmi Und als nun Musa zu unserer festgesetzten Zeit kam und sein Herr direkt zu ihm sprach, subhanallah, mittellos zu Musa sprach. Das ist eine Stufe, subhanallah. Kein Engel, der zwischengeschaltet war, sondern ein direktes Sprechen Musas gegenüber. Subhanallah, welche Stufe Musa erreicht hat. Und schaut, nachdem er diese Stufe erreicht hat, wonach er verlangt. Oh mein Herr, gib mir, dass ich dich schaue. Gib mir, dass ich dich erblicken darf. Subhanallah. Nachdem Allah ta'ala zu Musa sprach, Musa a.s., er wollte dort nicht, er konnte dort nicht stehen bleiben. Aschauq, al-Ihtiaq. Die, ja, das Verlangen Allah ta'ala gegenüber, das Verlangen nach seinen Zeichen, das Verlangen ihm, noch näher gebracht zu werden, das Verlangen, den Iman zu steigern. Und der Prophet sagt auch, sallallahu alayhi wa sallam, jaddi du imanakum. Erfrischt euren Iman. Erfrischt euren Iman. Bringt Frische hinein. Das Neue hinein. Ja? Wo ist unsere Sehnsucht, liebe Geschwister? Wo ist unser Verlangen? Und das ist etwas, und ich schließe mit dem Verlangen des Propheten Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, der das Angebot bekommen hat, ins Paradies einzutreten und hier in der Welt ein, ja, wie Sulaiman a.s. ein Herrscher zu sein, die Welt quasi in seinen Händen zu halten. Oder aber Allah ta'ala begegnen zu dürfen. Und der Prophet konnte nicht anders und er wählte, Allah ta'ala begegnen zu dürfen. Diese Welt hat ihn überhaupt nicht interessiert, liebe Geschwister. Das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Jeder, der materiell abwägt, wird sagen, bei dem einen Angebot kommst du ins Paradies und du bist der nahegebrachteste aller Schöpfung und bei dem anderen Angebot kommst du ins Paradies und du bist der nahegebrachteste aller Schöpfung, aber du bist noch der Herrscher in der Dunja. Wir alle, die materiell denken, sagen, ja, dann nehmen wir doch das eine, wo noch die Dunja mit dabei ist. Das ist für euch. Ich erzähle mich jetzt gerade selber. Wir alle würden doch die Dunja zusätzlich nehmen. On top. Als extra. Aber wer diese Stufe erreicht hat, liebe Geschwister, das Herz verlangt, was ist schon Dunja? Allein sprachlich, in der arabischen Sprache, in der arabischen Sprache, Dunja ist das Niedrigste. Das Niedrigste. Und jetzt sind wir auch bei dem, was uns ablenkt, was uns abhält, Sehnsucht Allah ta'ala gegenüber zu haben. Und das ist etwas, was der Scheitan auf seiner Liste hat, der Prioritäten. Er versucht erst, dass wir Allah ta'ala etwas beigesellen oder ihn leugnen. Und danach geht er nicht über zu den großen Sünden, sondern dann versucht er, dass wir die Religion falsch verstehen oder falsch praktizieren. Al-Bida'a, in der Aqida haben oder in der Praxis. Weil dies noch gefährlicher ist als eine große Sünde, weil von der großen Sünde, derer ist man sich bewusst. Und man bittet um Vergebung. Aber wenn man die Religion falsch versteht oder falsch praktiziert, man denkt, es ist richtig, man bittet nicht um Vergebung. Und die Bida'a an der Aqida kann auch dazu führen, dass man von Allah meint, Dinge, die man nicht meinen darf. Subhanallah. Was sehr gefährlich ist. Und dann macht er weiter, wenn man nicht beigesellt, wenn man nicht leugnet, wenn man nicht die Religion falsch versteht oder falsch praktiziert, mit den großen Sünden. Wenn der Diener dort nicht gefangen wird, dann versucht er ihn mit den kleinen Sünden zu fangen. Wenn dies nicht möglich ist, dann versucht er ihn mit dem Erlaubten aufzuhalten. Alles erlaubt, aber er macht nichts Gutes oder wenig Gutes. Wenn er das nicht schafft, dann versucht er die Prioritäten der guten Taten durcheinander zu bringen, dass man sich immer mit Kleinigkeiten beschäftigt und nicht mit den großen Angelegenheiten. Und wenn er das nicht schafft, dann arbeitet der Scheitan daran, dass man die Freude an den guten Taten verliert. weil das dann seine Hoffnung ist, dass man dann weiter die Treppe runtersteigt und dann irgendwann man halt weiter unten landet. Das heißt, er arbeitet daran, dass unsere Sehnsucht nicht da ist. Mindestens. Jeder davon ist betroffen. Subhanallah. Sucht behindert die Sehnsucht. Was sagt Allah im Koran? Der Scheitan will durch das Berauschende, durch Drogen, durch Alkohol, alles was einen durcheinander bringt. Durch das Berauschen und durch das Glücksspiel zwei große Süchte. Was will er? Er will Feindschaft unter euch stiften und Hass auslösen und er will vom Gedenken Allahs abhalten und vom Gebet. Werdet ihr euch abhalten lassen? Deswegen das größte Argument gegen jegliche Sucht ist, dass sie einen von Allah Ta'ala abbringt. Dass sie einen von Allah Ta'ala abbringt. Wir mögen uns also selbst erziehen, liebe Geschwister, selbst wenn es nur eine kleine Sucht ist. Selbst wenn es eine Sucht ist gegenüber erlaubtem, an und für sich erlaubtem. Aber wenn das einen einnimmt und verrückt macht und einen ablenkt, dann ist das der größte Grund dafür, dass man sagt, so, von dir trenne ich mich jetzt. Von dieser Angelegenheit trenne ich mich. Subhanallah, liebe Geschwister, ich bin nicht stolz drauf. Ich wollte euch nur mitteilen, ich habe keinen Führerschein, noch nie einen gehabt. Und ich kann auch nicht lange Auto fahren, ohne dass was passiert. Ich habe schon ein paar Stunden hinter mir, aber es würde was passieren, ein paar Minuten, früher oder später. Und Subhanallah, ich habe diesen Ratschlag nicht befolgt, den ich jetzt euch mitgebe. Allah Ta'ala sagt im Koran, Richte dein Auge nicht auf das, sagt Allah Ta'ala, was wir einigen von ihnen als Versuchung gegeben haben. Den Glanz des diesseitigen Lebens, um sie darin der Versuchung auszusetzen. Die Versorgung deines Herrn ist besser und beständiger. Ich habe diesen Rat nicht ganz verfolgt. Wisst ihr, was mir passiert ist? Ich gucke mir Autos an, gucke mir Autos an, auf einmal denke ich, boah, das ist ja ein gutes Auto. Ja, es gibt nichts Besonderes, also im Sinne von, neu kostet es unter 30.000 Euro. Ja, aber Subhanallah, es hat mich irgendwie, kennt ihr diesen Flash, den man hat, gegenüber weltlichen Dingen? Das ist mir passiert, Subhanallah. Und in einem Bereich, wo ich sage, eigentlich müsste ich dagegen immun sein, weil ich habe nicht dieses, ja, dieses, ja, oh, geil, dieser Sound, das habe ich gar nicht in meinem Herzen. Ich war noch nie in diesem Auto überhaupt drin. Aber irgendwie, klack, so ist die Dunja, liebe Geschwister. Der Prophet sagt es, sallallahu alayhi wa sallam, die Dunja, sie ist umkleidet mit Shahawat. Verzeihung, die Hölle ist umkleidet, umgeben mit den Shahawat, mit den Leidenschaften. Ja, und er sagt in einer anderen Überlieferung, dass die Dunja, ja, anziehend ist, grün ist, verlockend ist, ja, und wer auf seinen Augen nicht aufpasst, wie al-Rasali sagte, das Auge ist ein Fluss zum See der Seele. Wer also nicht auf seine Sinne aufpasst, auf das Auge, auf das Ohr, ja, der wird früher oder später in seiner Seele das finden, was die Flüsse in den See, in die Seele hineingetragen haben. Je reiner die Zugangswege, desto reiner auch der Aus, also das, was dann dort, wo es endet, ja, der See, subhanallah. Und wenn wir Dunja in unseren Herzen haben, ja, subhanallah, wie kann dann Dhikr, Dhikrullah in unserem Herzen sein, subhanallah. Anstatt, dass man von irgendeinem billigen Auto fasziniert ist, ja, sollte man von Allah Ta'ala Schöpfung fasziniert sein, sollte man sich Allah Ta'ala gegenüber annähern. Und habt Ehrfurcht, hütet euch, was die Dunja anbelangt, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Imam Muslim, als authentisch befunden. Das Paradies ist umgeben von unangenehmen Dingen. Ja, wer hat Lust, morgens aufzustehen, ist erstmal unangenehm. Aber um zum Paradies zu kommen, musst du durch dieses Unangenehme durch. Zähne zusammenbeißen, ja, sich zusammenreißen, subhanallah. Ja, das Paradies ist umgeben von Dingen, die erst einmal Lust auslösen, ja, Leidenschaften auslösen. Und was etwas verloren gegangen ist, liebe Geschwister, in unserer Umma, Asuhd, die Abstinenz. Nicht in Bezug auf Gebote. Viele Leute haben es falsch verstanden und sagen, okay, ich lebe abstinent, ich arbeite nicht, ich verdiene kein Geld und ich heirate auch nicht. Aber Asuhd, liebe Geschwister, gibt es nicht in Bezug auf Gebote des Islams oder auf Empfehlungen des Islams. Ja, und die Gelehrten sind sich hauptsächlich, also im Großen und Ganzen einig, dass die Heirat entweder stark, 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 stark empfohlen ist oder aber sogar eine Pflicht darstellt. Ja, natürlich gibt es dann die individuellen, maßgeschneiderten Fatwas, aber keiner kann sagen, und das ist der Punkt, den ich hier mache, ich lebe abstinent gegenüber der Heirat. Ich verzichte auf etwas. Nein, das gibt es nicht in Bezug auf Empfehlungen oder in Bezug auf Gebote. oder in Bezug auf Geld verdienen, damit man, ja, was leisten kann. Aber in Bezug auf die Dinge, die erlaubt sind. Wir lernen, wir fasten gemäß Regeln, aber subhanallah, wir verzichten nicht auf Dinge, die erlaubt sind. Versteht ihr? Wir sind immer noch Kaffee, Kaffee-Junkies oder Tee-Junkies oder, verzeiht, das Wort Junkie ist ein schlechtes Wort. Streich das aus eurem Sprachgebrauch, weil das sind Menschen, die abhängig sind und Hilfe brauchen. Ja, streicht das und ihr streicht das auch, was aus eurem Gedächtnis gesagt habe. Aber wir sind verrückt. Wir sehen etwas, Schokolade, wir kaufen. Wir sehen irgendetwas, wir kaufen. Und das Omar, er verachtete solche Menschen. Er sagte immer, wenn dein Nafz dir etwas sagt, dass du es willst, gibst du deinem Nafz nach? Und die Person sagte ja. Und er verachtete diese Person deswegen. Er sucht, dass man abstinent ist gegenüber Dingen, die auch erlaubt sind, aber warum? Damit das Herz sich der Sehnsucht Allah Ta'alas gegenüber noch mehr hingeben kann. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Liebe Geschwister, wie nähern wir uns Allah Ta'ala gegenüber? Allah Ta'ala sagt selbst, Der Diener nähert sich Allah Ta'ala gegenüber durch nichts Besseres. Das sagt Allah Ta'ala. Mein Diener nähert sich mir durch nichts Besseres als durch das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Manche Leute rufen an, Ja, ich brauche Koranlesungen vom Schirch. Du betest selber nicht. Du liest selber nicht Koran. Du machst selber keine Bittgebete für mich. Vergiss die Koranlesungen vom Schirch. Vergiss sie. Kümmere dich um deine eigenen Pflichten, um deine direkte Beziehung zu Allah Ta'ala. Ist das nicht das Kernmerkmal des Islams, dass wir eine direkte Beziehung zu Allah Ta'ala haben, ohne Mittler? Dass wir uns Allah Ta'ala gegenüber annähern mit den Pflichten, die er uns auferlegt hat und klar gemacht hat und danach aufbauen darauf, uns den Freiwilligen noch mehr widmen, um in den Stufen des Geliebtseins von Allah Ta'ala noch weiter steigen zu können. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, uns annähern Allah Ta'ala gegenüber, wir sollen jetzt nicht denken, dass das, was wir aus Science-Fiction-Filmen kennen, auf einmal wahr wird und wir Gedanken lesen können und wir die Zukunft voraussehen und seltsame Dinge um uns herum passieren. Das ist für Kinder, dieses Zeug. Die Gelehrten haben gesagt, das, wonach der Muslim streben soll und das, was das größte Wunder auch ist überhaupt, die größte Besonderheit, ein rechtschaffenes Leben. Und Ibn Taymi hat unter anderem auch festgehalten, dass diese Besonderheiten, die ich gerade erwähnt habe, sogar eher die Menschen erreicht, die einen schwachen Iman haben. Weil er verglich diese Besonderheiten, die die Sahabis erlebten, mit den Besonderheiten, die die Tabi'un erlebten und sagte, die Tabi'un haben viel mehr erlebt. Aber warum? Weil sie waren einen kleinen Grad schwächer als die Sahabis. Und es ist der Schwache, der diese besonderen Zeichen braucht. Der Starke, er bittet nur um Rechtschaffenheit. Das ist das größte Wunder. Das, was wir erreichen wollen, unsere Erwartung ist, wenn wir uns Allah Ta'ala gegenüber nähern, dass wir ein rechtschaffenes Leben leben dürfen, als Geschenk Allah Ta'alas. Ich kürze jetzt gerade, ich kürze jetzt gerade zwei Seiten, weil ich an eure Zeit denke, weil das meine Aufgabe ist. Der Prophet sagt, es sei denn, verzeiht, noch weiter kürzen. Liebe Geschwister, die Prophetengefährten und die rechtschaffenen Generationen, sie haben immer Sehnsucht gegenüber dem Ramadan gehabt. Wenn er so fünf, sechs Monate zurück lag, haben sie immer wieder an ihn gedacht, so wie wir das kennen als Kinder. Oh, er weiß noch damals auf dem Spielplatz das und das ist passiert. Ja, subhanallah. Ramadan kehrt immer wieder und wir denken an ihn zurück, aber wenn die Zeit zum nächsten Ramadan näher ist, als der vergangene zurückliegt, dann sagen wir, oh, subhanallah, wann ist wieder Ramadan? Ja, ungefähr gute zwei Monate, liebe Geschwister, bis der Ramadan wieder da ist. Jetzt ist Zeit, spätestens, ja, die Sahabis haben zur Hälfte des Jahres angefangen, also, auf den Ramadan sehnsüchtig zu schauen. Lasst uns sehnsüchtig auf den Ramadan schauen. Aber nicht nur Sehnsucht ohne Planung, sondern, merkt euch, die Kalenderwoche 23 und 24, jeder Muslim muss einen Kalender haben, weil wenn er keinen Kalender hat, plant er Scheitan für ihn. Aber wenn er einen Kalender hat, dann kann er planen. Merkt euch, die 23. und 24. Kalenderwoche, dort blockt ihr alles. Da sind die letzten zehn Tage drin, da ist Leid al-Qadr drin, ja. Erledigt, so viel es geht vor Ramadan, damit ihr den Ramadan dann auch richtig genießen könnt. Liebe Geschwister, wir sprachen über Sehnsucht, wir sprachen über die Beispiele vom Propheten, von den Propheten, von den Sahabis, wir sprachen darüber, was die Sehnsucht zu behindern vermag, wir sprachen über die Ergebnisse, die diese Sehnsucht anzielen sollte, die Ziele, und wir sprachen über ein Projekt, nämlich Sehnsucht in Bezug auf den Ramadan zu haben, und die wird sich beweisen, die wird ein Zeichen haben, ja. Liebe Ehemänner, ihr wisst, eure Ehefrau glaubt auch nicht, wenn man sagt, ja, ich hab Sehnsucht gegenüber gehabt, ja, und wo war die SMS, wo war die Nachricht, wo ist die Blume, wo ist das Geschenk, ja. Und umgekehrt natürlich genauso, liebe Schwestern, wir Männer sind auch nicht so leicht überzeugt, wir wollen auch gewisse Zeichen sehen, das ist ganz normal. Und unsere Sehnsucht dem Ramadan gegenüber, liebe Geschwister, den markiert ihr in euren Kalender. Und wenn ihr keinen habt, dann kauft ihr extra einen, nur für Ramadan. Das ist meine Empfehlung an euch und an mich zuallererst. Das ist meine Empfehlung an euch, das ist k mie Check- kaloike While der E inner die Und an mich zuallererst. Vielen Dank.